Machen wir jetzt. Oh, fängt der gute Bessman einfach mal an, ne? 4K. 4K. Ich hab keine Ahnung, was diese Karten sind. Ich hab mir nichts für angeguckt. 4K. 1. 1. 1. 1. Der ist durch! Die ist durch! Ja! Das geht doch! Ich hab dir das Falsche gegeben. Nein, Sven, ich hab mir das richtige genommen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Synchro. Christian. Okay, schon mal ein extra dick Monster. 2 für Peatstick. Da ist noch ein Tuner. Der war Tuner. Der ist Tuner. Du hast ihn sogar noch mal gezogen. So, Victor, setz dich jetzt hin hier. Du hast die Lolle gezogen. Und... Spiral. Olli, dein Pech hat nicht gewirkt. Er hat ein Secret gezogen. Ja. Ich hab ihn das heilchen gemacht. Ja, immer. Ah, der ist cool. Kann mir ein Merman spielen. Was ist denn? Neue. Dragon Ruler. 2.0. Ey, wenn er genug warst, dann kriegt er. Ich hab ihn mit dem Monster. Ich guck erst mal. Der hat schon der Arche misst gezogen. Vollmette. Jetzt braucht er noch ja nicht. Ich brauche wirklich nicht. Der wird draufstehen. Ich brauche drauf. Wie so gut ist auf das 7. Ja. Machen wir heute einfach mal 30 Packs auf. Ja. Ich hab kein Zeit damit. Ich kann entspannt hier. Das ist gut. Oh, der alten Camer. Oh, nix. Super, oder was? Nix. Ihr könnt doch beide gleichzeitig. Dann sind die Leute richtig verwirrt. Sie müssen mit dem linken und dem rechten Auge gucken. Oh, wer muss die Idee wo? Oh, die Vertreter. Ja? Was ist das für ein Scheiß? Soll ich noch lieber warten? Nö, kannst du auch kurz aufkommen, wenn du willst. Na gut, gut. Ich weiß gar nicht, ob man gut ist. Ich weiß gar nicht, ob man gut ist. Ja, wir müssen mal gucken. Digga, meinen letzten. Oh, Scheiß. Wunderterror. Ah, ernsthaft. Wie viele Supers bisher waren. Ah. Jeder bisher immer nur so... Du sollst gleich auch zusammen machen? Ja, ja. Wolltest du die? Wir haben nur geschweifft. Alles super. Wolltest du dich nicht kommen? Naja, ich weiß, ob wir das nicht bauen. Was ist das denn? Ich hab nur zwei Pündermonsten. Shit. Ich dachte gerade eben schon, der Frosch, aber... Das ist voll lange zu bringen. Naja. Ja? Ja, können wir nicht. Das ist Bullshit, ja. Ich komm hier nie wieder her. Wie ist das die Chance, dass du die Secrets hast, ey? Dass ich die Secrets habe? Nee, Alter. Sehr mächtig. Oh! Oh, Metal! Ah, das ist ja die andere! Kessel! Das ist super. Wir zeigen dir... Ich muss noch ein bisschen. Das ist super. Oh man, das ist so viel zu gelesen. Wunderterror. Jetzt kommt der Frosch. Kommt der Frosch. Oder die Falle. Wäre auch gut. Oder der Frosch. Der Top. Der Top. Der Top. Sehr gut. Ja! Ich würd sagen, ich bin zufrieden, oder? Nee, nicht mal. Dann darf ich auch nichts machen. Dann darfst du auch noch mal. Zwei Ultras und den Top. Kann man machen, oder? Ist das? Muss man nicht. Ah, gleich ein Ultra, aber... Haben wir ein Ultra? Das sind die Christruns, ne? Ja. Der eine ist echt gut. Der Rest ist ja, glaub ich, kommen. Das heißt, du kannst sogar spielen. Das ist ja cool, ja. Das ist ja hier. Der Sneak. Flexit, also... Schade. Ich stehe jetzt so ohne Frosch. Nee, nee, nee. Schade. Schade. Guck, wir haben die Schöne gewinnt. Sehr schön. Das heißt ja, krötelig eng was, ne? Krötelig umwerfen. Umwerfen. Den will man gar nicht in Deutsch drehen. Ja, noch ein Christrun. Das hat jemand gestackt und das ganze Deck gezogen. Jetzt zieh ich den ganzen Christrun, ne? Und gewinnt haben wir. Das ist doch cool. Wenn kein Secret, dann wenigstens die Matte, ne? Aber der... Oh! Oh, cool! Oh, cool! Siehst du, warum schwenkst du mir gegeben hast? Ja, ich hab die beiden richtigen genommen. Ja, sehr gut. Das sind große und ich siehst, was denn geht bei dir? Ich hab'n extra Deck. Nice. Und der ist sogar gut. Der Banished, der Banished. Deswegen wird Navidity dann gespielt. Und Breakout. Oh, geil. Sehr nice. Wer möchte die Kamera für mich halten? Jetzt kommt der Lacker hier. Jetzt kommt der Lacker, genau. Bisher bisher noch keine so geil Sequits, ne? Okay Sequits. Hä? Geil ist das doch cool. Noch nicht geil genug, sag ich mal dazu. Wie viel Zeit haben wir um... 1 Stunde? Mehr als genug. Oh, Empfänger. Das ist schon mal gut. Auch ne... Auch ein Crystron. Ich hab'n Empfänger. Oh, nice! Oh, nice! Copy-paste. Copy-paste hier. Sehr nice. Guck mal. Mach dir mal wirklich nach. Guck mal. Ich sag' ja. Copy-paste. Hier, die Copy-paste nach. Die eine ist, äh... Glaub' ich... Oh! Die neue Cyber Angle, okay. Okay. Oh, cool. Kann ich wahrscheinlich nicht schnieren hier. Du, 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 du... Du, 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 du... Du heißt Brush im Deutschen. Brush. Ehrlich? Ja, gut. Es hat ja... Es hat ja was... Oh! 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 Oh, shit! Oh, shit! Zwei Secrets! Zwei Secrets! Zwei Secrets! Dang! Entschuldigung... Hey! Hast du den Frosch gezogen? Ja. Ja. Sorry! Scheiße, dein Name alle.